WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ihr habt den selben Namen? Wer hat das gemalt? Rembrandt. Geben Sie mir seine Adresse. Er ist tot. Tot? Seit wann? Können Sie mir helfen, Sie im Auge zu behalten? Dann bin ich Ihr Assistent. Fantastisch, die zwei Musketiere. Würden Sie mich bitte vorgehen lassen? Garmin, 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 Garmin! Keiner da. Was Sie nicht sagen. Hier sind wir in Sicherheit, solange wir uns an ein paar grundlegende Regeln halten. Sie hören gar nicht zu. Oh doch. Sie flirten mit den Barnern. Was sagten Sie? Früher oder später macht einer von Ihnen einen Fehler. Sie ist ja vollkommen außer Kontrolle. Wenn Killer hinter einem her sind, dann verhält man sich unauffällig. Man versteckt sich. Man kreischt nicht in Hotellobbys herum. Wer wollte mich umbringen? Wartet! Wartet! Mein Ohr! Mist, Carl! Legen Sie es auf Eis! Los!